ihr könnt ihr mich sehen Donnerstag ich grüße euch am Donnerstag Mitte des Monats ist und bald Ende des Monats ja gleich noch ein Intro geht es weiter ignoriert einfach das Gebübse hier und ja viel gibt es nicht aber es gibt was grüße euch am Donnerstag natürlich ja ihr müsst schon verstehen dass ich gestern am Mittwoch ein bisschen ausgerastet bin weil dieser Herr Weismann mich einfach zu Weißglut bringt aber vergessen wir das ganze wieder ich habe ja letzte Woche am Montag mir einen Film ja angeschaut einfach cool der Film da geht es auch um Züge mit dem Brad Pitt aber ich bin nicht eher der Arschrundfunkschauer ich bin eher ein Typ der diesen Sender eigentlich eher mehr meidet außer es ist Bürgeranwalt weil das ist eine einzige Sendung die interessant ist der Rest ist einfach nur Bullshit aber ja man wird schon sehen wenn der Druck vom Herrn Weismann zu groß wird dann muss er sich was Sinnvolles einfallen lassen aber da brauchen wir darüber nicht sprechen weil Susanne Rapp ist auch nicht besser man hat das Gefühl die haben alle ein kaltes Herz was Blutpumpen tut anstatt ein warmes Herz aber egal ich wünsche euch einen schönen angenehmen Donnerstag Tschüss bleibt brav kapiert